WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR von der ISE Ghost Strike Expedition. Diese Expeditions sind ein bisschen wie kriminelle Investigations. Manchmal machen sich die interessante Schritte. Ich sagte zu Ihnen, dass es eine Sälingsjacht ist. Aber heute haben wir herausgefunden, dass es nicht ist. Eine der Gründe, warum wir das Sälingsjacht gedacht haben, ist, dass es eine große Mast neben dem Rack ist. Wir haben immer das Mast mit dem Rack verbunden. Wir haben heute gedacht, dass es falsch ist. Wir haben ein paar Sachen bekommen. Wir haben ein paar Sachen, von der inside. Eine von ihnen war ein Jacket. Das Jacket zeigt, welches Kind ist, und die Art der Sälingsjacht. Nachdem wir ein wenig Forschungsjacht auf Google haben, haben wir herausgefunden, dass die Bildung auf dem Jacket und die anderen Sachen einfach zusammenkommen als Puzzle. Jetzt wissen wir, dass es ein Luxuryjacht ist, aber es ist ein Motorjacht. Wir wissen, dass es genau wie ein Fischungsjacht ist. Die neue Theorie ist, dass das Mast neben dem Rack in fact, ist eher wie ein Böhm von einem Fischungsvessel. Das Fischungsvessel, der den Rack in einem Netz und der Böhm, der Böhm mit dem Netz einfach nur ein Fischungsvessel und der Böhm mit dem Rack in einem Boden und der Böhm mit dem Rack ist. Das ist jetzt ziemlich rechtlich. Ich denke, wir haben das Problem und wir haben ein bisschen Wir haben ein paar Einfluss auf den Namen und haben wir wahrscheinlich morgen, das ist unser letzte Tag, dann werden wir auch den Namen und dann sollte es einfach ein bisschen Drei-Research um die ganze Geschichte zu erreichen. Und so, ja, all in all, sehr erfolgreich. Everybody ist super excited und es war ganz schön, zu sehen, dass die Wiese über die Woche von, dass es etwas auf dem Boden gibt, zu wissen, welchen Vessel und all diese Details. So, ja, super schön. Wir haben heute wirklich richtig innen. So, da wird wir das Film und man alle Details über das Wreck und so, 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 yeah, so, das ist es für heute. Bis zum nächsten Mal guten Tag, Bye-bye! Untertitelung des ZDF, 2020